Wunderschöne Freunde, es ist auch noch herz Willkommen zu eurem neuen Video. Liebe Leute, es ist endlich soweit. Man kennt dich gar nicht so. Guck mal, wir sind richtig rausgeputzt. Gleich geht's endlich los auf das Event, warum wir eigentlich in Vietnam sind. Die Hochzeit von Anthony und Parvana. Wie immer sind wir zu spät. Aber wir waren nicht die spätesten. Das stimmt. Und das Krasse ist, du wolltest das Video gerade schon beginnen und ich muss ganz ehrlich sein, ich war so stressed out, Karte noch nicht geschrieben, Geschenk halt nicht vorbereitet, nicht angezogen und wir hatten quasi nur 10 Minuten Zeit, alle schon in der Gruppe am Schreiben, Leute, wir müssen los, wir müssen die gleich los. Ich wollte euch eigentlich das Real Life zeigen, das Struggle, den wir immer haben, weil wir zu spät sind, aber ja. Der Real Life hätte mich einen Herzinfarkt gekostet, hätte ich die Kamera jetzt noch angebracht. Aber guck mal, Mila, wie süß sieht Mila aus? Und wir haben beide die gleiche Handtasche. Mila, zeigt mal deine Handtasche. Wow, das ist dein Partnerlook unterwegs. Das Schöne ist, du hast ja dieses Tuch nach in einem Heu angekauft und schaut mal, wie perfekt das passt. Ich freue mich voll, aber ich muss sagen, es ist wirklich sehr warm, es ist doch sehr schwül. Ich weiß gar nicht, wie du es gerade aushältst mit Hemd und Sakko. Also ich versuche gerade zu überleben, meine Atmung ist schwierig. Ich bin gerade richtig, aber jetzt kommen wir gerade an. Die Jungs und Mädels sind alle schon fertig, alle sehen wunderschön aus. Ich wollte sie eigentlich kurz zeigen, aber jetzt sind wir gerade tatsächlich schon auf dem Weg los. Hier ist unser Geschenk, übrigens. Ein kleines Sneakpeak machen, bevor wir es gleich überreichen. Ach so, die Karte ist eingepackt. Richtig lustige Karte. Let me introduce you to the Beijing Gang. What's up, fellas? Julio. That was my roommate. Long time was he for six months. For six months. For un giant. It was a pretty good time. And every time we meet each other. The last time we met each other was your wedding. Yeah. And the next one will most probably be Samuel's wedding. We had a bed. Was the best? Bessches. This guy never gonna marry. This guy never gonna marry. Es wird auch mir bei jedem Menge Spaß. Julio, that's so nice of you that you bring a coffee for us. Yeah. You want some? You want some? Well, I'd love to, but I think it's too late for us now. So is everybody ready for the wedding? For Anthony and Barbara? Wir bleiben hier. Mila ist eingeschlafen. Ich gehe jetzt Party machen. Tschüssikowski. Ich weiß nicht, aber sie wollte unbedingt irgendeinen Sleeping-Bus. Und das Ding ist, wir hatten ja geplant, ne, hatten wir ja glaube ich auch erwähnt, mit dem Bus von Hu Chi Ming nach Da Nang zu fahren. Und als wir eingestiegen sind, meinte sie, Mama, wo sind die Betten? Also ich habe ihr das einmal erzählt und sie hat sich das einfach gemerkt und meinte, sie möchte jetzt schlafen in dem Sleepy-Bus. Sie hat richtig krasses Gedächtnis. Ich glaube, wir müssen uns weinig. Das, was bei mir frittiert ist, ist bei ihr noch vorhanden. Crazy, Alter, look at this! Wow! Zum Glück ist das Wetter gut. Gestern hat es einfach von morgens bis abends geregnet. Und wir hatten so eine Angst, dass es heute auch regnet. Also ich, ne? Ich bin ja heiß. Aber die Braut, meine Güte, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was passieren kann bei so einer Zeremonie, ne? Wir haben auch schon gesagt, nehmt mal alle extra Klamotten mit. Könnte sein, dass es ins Wasser fällt. Gibst du dir hier schon die Schocks? Ja, klar. Hab ich von Sebastian gekriegt. Ach so. So, you are distributing the alcohol to everyone? I am not, that's someone else's job. We just consume some, yeah. Right, exactly. Hi, my name is Sebastian and this is my first drink of the evening. Cheers. My name is Julio and this is the first drink of the night. My name is Scott and this is my first drink of the night. Cheers! Yeah! Sollte Congratulations Look at this My hand was too fat, it was swollen I couldn't put it on Sollte Thank you It's like a little daughter Hello, how are you doing? Congratulations She's so beautiful It's like a mix All the love to you guys All the love and positivity This is James I'm on my third drink You can tell you're on the third Cheers Mila has got a gift Mila has got a gift Wow, Mila, what are you doing? And here is even your name Can anyone read? Crazy Friends, I am Sabibu And this is my first Alsterwasser I haven't drank three years But who knows how this will be today I don't know how nasty it will My name's Anthony, I'm the groom And this is my first drink Hi Welcome to our private suite Welcome to our private suite Here was also the Empfang We were prepared Where we drank Before we went into the room Mega, mega, mega There are flat areas But the large Niche Are full with children We got the last one We got the last one For me She said It's so cool but loud Yeah, of course I'm going to bring the mouse I'm going to the bed You Feier a bit for me And right now I'll get to it There's still one Alsterwasser But here The young man Sorgt for that I'm going to drink right away Alex, we need you for another picture Over here It's time for you to put the camera down For one moment Hey, what's up? You have to look me up round of up Hey 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 Musik 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 My name is Julio and this is my 12th drink. Question is, is it your last drink? Yes. I'm out, I'm out. Yeah. I'm good. Nine is enough. I'm the groom and this is my last drink. Which is a lie. Oh, good. My name is Sebastian and this is I think my 18th drink. Wow, look at this. For you. For you. Thank you so much. Thank you. Oh, my friends, that's the theme of sleep. We have here already painted as we sleep. But the good thing is that the party is to end. We can now with the shuttle bus to home. What is good? Good for us. Auf jeden Fall gab's gerade noch Geschenke, Schatz. Oh nein. Noch ein Geschenk? Yeah. Wow. Oh, nothing cool is. Tee. Riech mal. Und Kaffee. Ich glaube, hier kann man so ein Mokka machen. Oder? Oder das sind Vietnames Kaffee. Ah, das ist ja wirklich richtig cool. Riech mal. Übelst nice. Wirklich ein bisschen schokoladig. Der Bus fährt jetzt. Mila, wir wollen auch nach Hause. Hey, Scott, how many shots have you had today? How many drinks?